Hey, ich bin Annalena. Moin, ich bin Leo. Hey, ich bin Luca. Wir sind die Azubis von der Raiffeisen Volksbank Pfarrer in Nordenham. Wir sind aktuell im zweiten Ausbildungsjahr und wir stellen euch das VR-Börsenspiel vor. Als erstes zeigen wir euch wieder zum vorigen Börsenspiel gelang. Ihr geht bei Google VR-Börsenspiel ein, geht dort auf die erste Seite, die ihr seht, dort einmal ganz oben rechts auf Login, dort einmal die zugesendeten Zugangsdaten eingeben und auf Anmelden gehen. Nachdem ihr euch angemeldet habt, ist dies die erste Ansicht, die ihr seht. Dort oben könnt ihr einmal euer Depotwirt sehen, sowie den Kontostand und das Gesamtvermögen, was ihr besitzt. Wenn ihr auf Depot geht, könnt ihr dort einmal eure bisherigen Kaufen-Wertpapiere sehen. Wenn ihr auf Kaufen hingehen geht, dort könnt ihr verschiedene Wertpapiere, die hier unten aufgeführt sind oder nach einem bestimmten Suchen kaufen. Bei Verkaufen natürlich könnt ihr die Wertpapiere ebenfalls verkaufen. Dort könnt ihr dann euer Wertpapier, was ihr besitzt, auswählen und könnt ihr die Anzahl eingeben und verkaufen. Wenn ihr dann auf Ramping geht, könnt ihr einmal sehen, auf welchem Platz ihr insgesamt von allen Mitspielern seid. Was ist die Börse? Die Börse ist ein Marktplatz, auf dem Wertpapiere wie zum Beispiel Aktien, Anleihen, Fonds oder ETFs gehandelt werden. Die Preise entstehen durch Angebot und Nachfrage. Jetzt stellen wir euch einmal die verschiedenen Auftragsarten vor. Wir beginnen mit der Direktorder. Bei der Direktorder kauft ihr zum aktuellen Preis bzw. zum aktuellen Kurs, der gerade auf dem Markt besteht. Bei der Limitorder hingegen unterscheidet man zwischen einem Kaufs- und einem Verkaufslimit. Bei der Erteilung einer Kaufs- oder mit einem Limit legt ihr den maximalen Preis fest, den ihr für ein Wertpapier bezahlen möchtet. Die Order wird somit erst ausgeführt, wenn ein Kauf zu diesem Preis oder besser möglich ist. Im Gegensatz zur Kaufs-Order legt ihr bei der Verkaufs-Order ein Limit fest, das ihr mindestens beim Verkauf des Wertpapiers erzielen möchtet. Die Order wird somit erst ausgeführt, wenn ein Verkauf zu diesem Preis oder besser möglich ist. So, das war unser Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bei Fragen wünscht euch gerne an die unten eingebindete E-Mail. Wir wünschen euch viel Spaß und viel Glück. Tschüss. 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 Tschüss.